Sind es Seehunde Herrlich? Mhm, Seadogs Bei mir sind's Seebär von Donnerschrei Rage Roar Seadogs Moment Ich weiß in welchen Sprung ich als nächstes inskiere Na Hö, das ist Herrlich Ich kann dich doch, doch resten Woher dir Mörser? Mörloks Eigentlich witzig so einen Mörser zu benutzen und einfach nur Kugeln abzuschießen Ja Wie Bombarden Wie völlig ineffizient es geht Jetzt mal rüberschwimmen Not sure Warte, ich werfe dir unendliche Atem Der nicht unendlich ist, ja, das haben wir schon geklärt Komm schon an, ja Hab ich nicht so was, dass wir auf dem Wasser gehen können? Nee, war nicht Waterwalking, hast du das? Waterwalking Was wird ihm vorgeworfen? Waterboarding Waterwalking Das musste er denn machen Er musste über Wasser gehen Und wenn er ins Wasser gefallen ist, von vorne an Bis er es konnte Und was macht er im Moment? Er macht's weiter Aber es geht natürlich nicht Oh, okay Dann sagen sie Und wenn du diese 100 Meter geschafft hast, bist du freund Irgendwann haben sie Jesus und dann Ah, shit Ah, shit Das ist Seber Dein letztes Dinglein abgeschlagen Dies ist Seber Oh, warte, ich probier mal was Oh nein Was, was passiert? Pablo Gioti Nee, ich bin so rückgekehrt Ha 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 Der real-life Pablo Gioti hat er Ist er jetzt irgendwo unterwegs in Deutschland, ne In Berlin, um genau zu sein Ha 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 Du 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 dü Hast du Blumen gepflanzt? als du epic miss klick scheinbar in der schiff geklirrt fast fast okay bringt uns hier zurück fliegen und zu fliegen wir sind sieger wenn wir fliegen was sagen wir das vielleicht habe ich das eh mal schon gesagt du das barren geht ja da unten noch ganz schön weiter irgendwie war ich eben auf einer map ne doch das geht ja noch weiter die swallow marschen sind ja nur in der küsse aber dann kann man hier speichern okay hexler ich würde dich hexler 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 man fledimirovitski fladatschki hexler hexler oh ich würde hier was cooles oh hier ist ein christ habe ich nicht von thomas paxton thomas jefferson thomas jefferson ist nicht mehr er ist abraham lincoln zum abfall gefallen es geht wo ist der mann sprecht mit kann und ihr hexler ich glaube aber ist ein geiler treiber gerade auf mich der ist herrlich oh hexler warum hast du da so nen fein juli hast du das geist nicht verstanden ne ich hatte nur keinen fein diese opferenzliga habe ich nicht verstanden oh jetzt ist wieder diese scheiße ist die kommen ich will auch mal eins zählt das nicht für dich? doch ich will auch echt töten du tätest dich schon gut ich schieße immer daneben pfff 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 Oh, getötet! Oh, was für'n Hell! Mit was für Dingern die hier beschossen wurden? Oder schießen mit so kleinen Kanonen zu? Okay, diese Wacht übernimmt Jimmy am Tor. Die gehen sogar in die Sugar'n Blood Fury. Die sprechen jetzt ja auch ich ab. Na, alles gleichzeitig. Alles zu. Scheiß Multiboxer. Schnapp mir jetzt das Quest hier um, das ist ne gute Idee. Was muss ich jetzt noch? Ach, muss ich für Munition suchen. Ach, das ist ja wieder da unten. Ach, das ist ja wieder da unten. Da oben? Äh, ja. Hier geht's nämlich noch weiter. Die Dingern sind auch schon respawned. Das darfst du nicht verpassen, was ihr op-det. Nicht jeder was beizutragen. Muss ich da eben da. Die da was beizutragen, dann nimmst du ihm einfach mit. Was, was muss ich jetzt sehen? Warte, was muss ich jetzt sehen? Der Nu-Nu-Nu-Bin. Er ist doch ganz traurig. Jetzt haben wir einen Schuss bereit. Hier cheatet man gegen die Pfand. Ja. Ich habe auch schon klüge Reaktionen gesehen. Hast du von dem Werwolf das angenommen? Ist sie ein Werwolf? Hä? Ach, wie heißen sie denn? Worgan. 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 Karl May. Worgan. Mein Name Karl May. Worgan. Meine Seins. Staatsanwalt. Ich kämpfe für ihr Recht. Neue Fensi Serie. Bezahlen sie mich. Ich werde mal ein paar Quests löschen. Willst du was mit dem Essen machen? Ich möchte gerne ein paar Quests löschen. Es tut mir leid, ich werde diese nicht krediert für dich. Es liegt nicht an ihnen, es liegt an ihrem Charakter. Wann habe ich diese Gnome gegangen, Chris? Das G-Team. Wisst ihr, das habe ich auch. Irgendwo da drin treffen. Super. Na super. Na super. Ich banagier den, ich banagier den. Ja. Ich banagier den Kult. Ich will nicht sterben. Ich sterbe nicht. Denn ich habe Soul Harvest. Hast du mich gehealt oder hast du das Skill einfach fucking overpowered? Ich will dich gehealt. Ich werde wohl nie einen overpowered Skill gewinnen. Ich bin ein Kult. Ich habe das alles. Und ich habe das viele Mäzeige gemacht. Das muss ich auch gar nicht geben. Ich bin ein Kult. In der Zeitung stehen Wir haben an der Uni einen Studenten Rat mal wie viele Semester der hat 20 Ein bisschen mehr 24 Ist es eine ungerade Zahl Ist es 23 78 70 Weil er so viel verschieden schon studiert hat oder weil er dumm ist? Ich weiß nicht, ich lebe mal kurz Ich muss schon mal Pipi machen Das hält meine Blase nicht aus Manche Leute werden mit Quests halt beschenkt Manche Leute werden mit Quests halt beschenkt Wir müssen irgendwo mal hin, wo wir Skills kaufen Ne, gut, hier muss man auch mal Hardcore sein Ich bin in irgendeinem Kampf, wie kann das sein? Aber Terramor ist doch hier gleich Gibt es da Lehrer? Ja, da hast du da sogar ein Hexenmeißler gefunden Ach pfff, lass mal hinflügen Ah ja stimmt, da wolltest du mich trappen Direkt vor meiner Nase Ich bin immer noch im Kampf Ich denke ich, das war ein Flugpunkt der Baum Meinst nicht? Brauchen wir jetzt nicht mehr Ich kann mein Pferd wieder benutzen Ich habe einen geheimen Weg gefunden So, ich lese das mal vor Also, die Leipzig Universität Quatsch, das ist schon mal falsch Leipniz Universität Nämlich da, wo Koja studiert Zählt 1272 Langzeitstudenten Rekord hält Er ist bereits seit 78 Semestern an der Uni eingeschrieben Weitere Kandidaten können mit 65, 61, 59 bzw. 56 Fachsemestern aufwarten Bei diesen Fällen handelt es sich um absolute Ausreiz Dann sagt eine Unisprecherin Die Universität, die wegen dem Doppelabiturs dringend Platz für Studienanfänger braucht hat keine unmittelbare Handhabe gegen Langzeitstudenten Irgend Problem Oh mein Gott Oh nein Oh Gott, Scooby Cool, cool, lauf nicht weg Ich lebe noch Wie, 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 wie Es war eine Falle, Koja Der Pfad war Ihnen sehr wohl bekannt Sie wussten, ich würde diese Route nehmen Dich erbitte Asyl Das Niedersächsische Hochschulgesetz zieht für solche Fälle die Möglichkeit einer Ex-Matrikulation vor Nicht vor Oh Die Universität Lübeck hat erst am Dienstag vor Gericht bestätigt bekommen, dass es rechtens war, einem Medizinstudenten, dem es nach 48 Semestern nicht gelungen war, eine Vorprüfung abzulegen, von der Uni zu verweisen Oh, die dürfen das Ich mein, bei Jura bist du raus nach 4 Semester, wenn du es nicht gepackt hast So Wird nicht so ein Pussy-Fach, wo du da unendlich lange rummachen kannst Ich mein, die müssen doch alles wissen Wie kann man es dann nicht schaffen? Oh mein Gott Die haben alles schon mindestens zweimal gewährt Irgendwas muss hängen bleiben, um die Mindestpunkte zu erreichen Na, Koldo, du bist auch toll Mhm Mhm Wo haben die Leute auch das ganze Geld her, zum Studieren Hm Ja, krass, ne Kommt ein gutes Sümmchen zustande Ja Hast du einen Weg gefunden? Ich bin auf dem Weg zu meiner Leiche Oh Die, die liegt noch am Strand, Koldo Da wurde sie zurückgelassen Das kann doch nicht weiter sein Hm Vermisst sie hier, hier durch Das ist gut Das ist gut Hm Hm Puh 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 Das ist gut Ich habe mir auch nur Bis zum nächsten Mal Ich habe es geschafft Fett geflogen. Okay, erstes Stück geschafft. Okay, komm, jetzt bloß nicht ausrasten, aber ihr ist eine Spinne. Ich will jetzt bloß nicht ausrasten, aber eine Spinne ist hinter uns, ja. Ich will jetzt bloß nicht ausrasten, aber sie kommt immer näher. Erstens hast du mir das einfach jetzt nicht. Gut, jetzt bloß nicht ausrasten, aber da ist ein Krokodil hinter dir und es kommt auch immer näher. Oh Mann, die Krokodil sind ja übelst getan im Wasser. Ich hab' weg, ich hab' weg, ich hab' weg, wuuuuhu. Blizzard hat einfach die Welt geschaffen und der Rest hat ein paar Sonnen. Ja. Der ist weg, Kugel. Wenn Blizzard so, ähm... Evolutionen hätte, hätte, zufallsgenerierte Mobs, die wären einfach irgendwo reingesetzt. Glaubst du wirklich, dass die Evolution Zufall war? Ich, ich würde behaupten, können wir nicht sein, ne? Das Zufall ist? Mhm. Die Evolution? Mhm. Ich will mir auch fast behaupten, dass mir ziemlich sicher ist, ne? Ich wüsste nicht, was noch unrealistischer sein würde. Ja, aber Krokodil nennt man das unrealistisch da, ne? Haha, ne. Ich denk' mal, die Evolution, also das, das die Entwicklung der Arten, ist ne Mischung aus Evolution durch Zufall und ne Mischung durch, äh, Erlern. Ja, das ist ne Mischung aus Darwin und Lamar. Und jetzt bitte keine Comments, nein, das war reiner Zufall. Das war auch nicht reiner Zufall, you guys. Das weiß man heute. Denn reiner Zufall hat die Elektrobiologie erfunden. Mit Heidegard Winsker. Haha, Elektrobiologie. Ja. Es gibt da ausgezeichnete Experten in diesem Gebiet. Die lassen wir in Elekin nicht an. Wo sind denn die Lehrer? Oh, ein Flugpunkt. Hm, weiß ich nicht. In irgendeinem Turm ist einer, also mein Warlock-Ding. Und man kann jetzt auch auf der Karte anzeigen lassen. Haha. Wie cool das aussieht über Nacht. Nein, er ist hier. Nice. Warum sind die fucking Schamanen-Lehrer, aber bei euch nirgends wo Warlock-Lehrer? Ja. Warum habe ich so viel Gold-Code? Oh shit. Na ja, wir haben doch was rübergeschippt. Oh, okay. Puh, um mal Glück an. Oh mein Gott, ich habe so viele Skills gekriegt. Ich habe Katzen-Katzer-Blitzschlag. Ich habe ganze sechs bekommen und drei davon machen irgendwie dasselbe. Okay, ich habe vorher eine Uhr. Wir haben einen Skill gekriegt, der mich umbringt. Nice. Da. 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 Ich habe es geblieben.